Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo beim Tele-Stammtisch. Wir sprechen heute über die Real-Verfilmung von Ariel, der am 25. Mai in den deutschen Kinos anlaufen wird. Hier spricht Schlogger und mit dabei sind heute Kenny und Stu. Hallo Kenny, hallo Stu. Hallo. Hallo Joschi. Ja, ich möchte hier gut gelaunt gleich einsteigen und zwar würde ich gerne von euch wissen, was denn euch mit dem Film Ariel verbindet, warum ihr euch diesen Film denn angeschaut habt. Fang du doch mal an, Kenny. Ich mag Wasser tatsächlich. Ich bin sehr gerne im Wasser. Ich mag schwimmen. Ich mag das Meer. Tauchen nicht so, weil da kriege ich keine Luft. Aber ansonsten ist es ganz cool so. Und Ariel ist halt einfach ein Klassiker, nicht wahr? Das ist so ein Ding, das kennt man, das weiß man. Man kennt die junge, Meerjungfrau. Von daher dachte ich mir so, na komm, tu sie dir mal an. Mal schau, wie das so ist. Und dann dachtest du, du guckst ihn an und dir beim nächsten Schwimmvorgang, was dir da unter Wasser begegnen wird. Was du nicht sehen wirst, weil du nicht tauchen möchtest, sondern nur mit den Füßen berühren möchtest. Na, ich hoffe mir, dass ich mir dann den Schwimmstil abgucken kann, dass ich einfach ein bisschen schneller bin im Schwimmbad. Ah, okay. Stu, ist das bei dir ähnlich? Ich wurde eingeladen in die Pressevorstellung und ich hatte Zeit, ich bin gegangen. Ja, die Begeisterung hört man aus allen Poren heraus. Okay, wir haben hier den Film Ariel, der eine Realverfilmung, wie gesagt, des Originals von 1989 ist. Den bestimmt, also ich weiß, dass Ken ihn gesehen hat. Du hast du den auch gesehen, das Original? Ich habe ihn, er kam ja in Deutschland erst ein Jahr später raus, ich habe ihn damals 1990 im Kino gesehen und ich weiß es deswegen noch so gut, weil, kleiner Funfact am Rande, mein bürgerlicher Name ist ja Sebastian. Das gibt ja auch eine sehr wichtige Figur in diesem Film, die Sebastian heißt und so habe ich bestimmt fünf Jahre bis nach Kinostart immer mal wieder irgendwelche roten Krabben geschenkt bekommen als Plüschtiere oder so. Das heißt du, ich spüre da wieder eine positive Verbindung, dass du dich sehr gefreut hast, immer eine Plüschkrabbe zum Geburtstag zu bekommen. Ähm, ja, ein Super Nintendo wäre mir lieber gewesen, aber man kriegt nicht immer alles, was man will. Okay, wir haben... Dafür muss man auch lieb sein, ne? Wer muss lieb sein? Du musst lieb sein. Steve, du musst lieb sein, ja, ja. Ich bin der liebste Mensch, den es gibt. Noch so ein Spruch Nasenbruch, so. Wir bleiben mal kurz, da können wir gleich bei den Tieren einsteigen, denn dadurch, dass es eine Realverfilmung ist, wie wir sie von Disney ja schon kennen, wie, keine Ahnung, König der Löwen, Schön und das Biest, Mulan. Die haben sich halt auf die Stilflagge geschrieben, dass die Tiere dann auch real aussehen. Und das ist bei Ariel dann auch so. Sebastian die Krabbe sieht jetzt real aus und auch Fabius der Fisch sieht real aus. Wie kam das denn bei euch an, diese Ästhetik? Sag du mal was, Kenny. Die Animation Unterwasser hat mir nichts zugesagt tatsächlich. Ich mochte alles, was an Land war, also alles, was die Menschen waren, was das Schloss war und auch diese ganze Siedlung da drumherum, das hat mir sehr gut gefallen. Was unter Wasser war, war mir irgendwie zu merkwürdig. Mir war das nicht bunt genug, mir war das nicht grell genug, mir war es sogar zeitweise zu dunkel. Als Beispiel, gleich am Anfang des Films haben wir diesen Thronsaal, wo Triton halt sitzt mit den ganzen Meerjungfrauen. Und dieser, allgemein dieses Schloss, was da unter dem Meer ist, was man halt aus den anderen Trickfilmen kennt, das ist ja so farbenreich und wirkt so richtig schön gemacht. Und hier wirkt das halt einfach nur wie so ein altes Korallentriff, was so eine ähnliche Form hat. Und alles ist moosbedeckt, alles ist dunkel und ganz merkwürdig so, also nicht irgendwie traumhaft kindermäßig, sondern alles sehr dunkel und düster gehalten. Und auch die Tiere selbst, wie zum Beispiel jetzt vor allem Fabius, war einfach nur ein hässlicher Fisch und Sebastian war einfach nur eine Krabbe, die halt so aussah wie eine echte Krabbe. Die haben nicht genug rausgestochen dafür, dass die einfach so eine wichtige Rolle sind. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass es so ein Animationsstil ist wie bei Findet Nemo oder sowas. Ein bisschen bunter, ein bisschen überzeichneter, das ist mir zu real tatsächlich. Ja, aber das machen die einfach nicht bei ihren Realverfilmungen. Also das sind einfach echte Tiere, die dann, keine Ahnung, also ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm. Und als ich dann Fabius gesehen habe, war ich erst mal so, öh, was ist das denn? Kill it with fire, so ungefähr, weil er sieht halt aus wie ein Fisch, wie du schon gesagt hast. Und dann sind oben die, ich weiß nicht, ob das auch Flossen heißt, es wird halt ein bisschen zerzaust, so ein bisschen. Und Sebastian ist halt diese Krabbe mit diesem, der auch gar nicht aussieht wie, also hat eine ganz andere Form als die Krabbe im Originalfilm. Und dann diese gruseligen Augen, die da oben rausgucken, naja, hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Und bei dir, Stu? Tatsächlich muss ich sagen, ich fand, dass es gar nicht mal so realistisch aussah. Also gerade Sebastian die Krabbe fand ich, sah für mich mehr aus wie aus einem Animationsfilm entnommen. Bei diesem Fisch und bei dem Vogel, okay. Aber ich hatte mit Sebastian wirklich meine Probleme, gerade diese Augen. Ich finde, das hat sich immer so ein bisschen gebissen. Gerade wenn sie halt eben mit, in Anführungszeichen, menschlichen Figuren interagieren, wirkten die immer wie komplette Fremdkörper für mich. Wenn die so untereinander da zusammen waren, okay. Aber sobald da irgendwie Ariel oder dieser komische Prinz da waren, hat es für mich dann doch die Illusion dann zerstört. Ich bin durchaus ein Fan von sogenannten Hybridfilmen, also wo Live-Action auf Animationen trifft. Aber ich habe es dann lieber, wenn es dann eine relativ ganz klare, strikte Trennung gibt, wie zum Beispiel jetzt in Cool World oder ganz groß und bekannt Roger Rabbit. Aber so dieses so nicht halbes, nicht ganzes, das fand ich irgendwie, ich fand es ziemlich hässlich tatsächlich. Ich habe da einfach vermutet, dass es irgendeine Krabbenart gibt, die tatsächlich solche Augen hat, weil sie ja eben dieses, wir wollen realistisch sein Ding haben. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich da selbst nicht so sicher waren, sollen wir ihn jetzt cartoonesker gestalten oder realistischer? Denn seien wir mal ehrlich, so eine richtige oder eine echte Krabbe, die sind halt bottenhässlich. Das fällt dann, glaube ich, schon schwer, Sympathie mit denen aufzubringen. Und vielleicht haben sie sich deswegen entschieden, gerade diese Augen nochmal so herauszustechen. Aber ich hatte damit so mit dieser Stylistik schon durchaus meine Probleme. Okay, und im ganzen Film dann, hast du ja gesagt. Ja, natürlich dann auch nochmal speziell halt bei den Unterwasserszenen, die Kenny gerade eben schon angesprochen hat. Aber das ist, glaube ich, ein eigenes Thema für sich. Ja, also man kann über das Unterwasser-Thema, über den Style bestimmt sprechen und auch über das CGI, also das Handwerk dahinter bestimmt auch. Aber ich fand, also mir hat die Unterwässerwelt, ich habe die einfach angenommen. Ich fand auch Under the Sea ist ja sehr ein bekanntes Lied. Da ist ja im Originalfilm so ein richtiger, da tauchen ja fünf Milliarden Fische auf, die dann ganz bunt umherstraucheln und alles wird gezeigt. Das fand ich auch ganz okay. Natürlich im Vergleich mit dem Original, dass es noch bombastischer ist und viel mehr Fischsorten zeigt und die eben auch überzeichneter sind. Damit kann man es nicht vergleichen, aber es hat trotzdem für mich auch funktioniert, da Unterwasser. Und die erste Szene, die Kenny ja auch angesprochen hat, wo wir in diesen Palast kommen, der wirklich sehr viel trauriger aussieht als im Original, da sehen wir ja gleich Triton mit seinen Töchtern. Und da fand ich total cool, dass die Töchter für die sieben Seven Seas stehen, also für die sieben Weltmeere und dementsprechend auch offensichtlich ethnisch unterschiedlich aussehen. Also wir haben ja jemand, der indisch aussieht, jemand, der eher in Südostasien mäßig aussieht. Wir haben jemanden, der sehr blond und sehr hellhäutig ist, also eher Antarktis in die Richtung. Und das hat für mich total gut gepasst zu der Entscheidung, dass die Hauptrolle Ariel auch mit einer Person of Color, mit einer Schwarzen besetzt wurde, weil es da ja einen riesigen Shitstorm vorherum gab. Habt ihr den mitbekommen? Also das ging ja wirklich durch die Presse. Und ist euch das negativ aufgefallen im Film? Oder wie war das für euch, dass Ariel nicht so aussieht? Weil es ging ja der Hashtag NotMyAriel durch die Sozialmedien. Irgendwie war das für euch, dass Ariel eben nicht krass bleich und knallrote Haare hatte. Na tatsächlich halt von mir aus anfangs ein bisschen ungewohnt, weil man kennt halt den originalen Spielfilm und auch die Trickfilm-Serie, die ich ja auch viel lieber gesehen habe als den Film selbst. Aber warum nicht? Mein Gott, das ist halt eine fiktive Fantasie-Geschichte. Warum zum Geier soll das halt nicht funktionieren? Und ich finde, dieser Aspekt mit diesen sieben Weltmeeren hat das ja noch viel mehr untermalt. Damit hast du ja die Diversität als Grundlage. Und das finde ich einfach gut umgesetzt. Wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, wir nehmen jetzt eine schwarze Ariel und das war's, ohne irgendwie das zu beschreiben oder irgendwie was draus zu machen, wäre es jetzt so gewesen. Aber ich finde, die haben es einfach gut umgesetzt. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum sie zum Beispiel eine People of Color ist. Oder Person of Color, wie heißt das? POC. Und wie gesagt, ich fand das gut umgesetzt. Und dieser ganze Shitstorm dahinter geht mir auf den Zeiger. Scheiß Rassismus und was weiß ich. Mein Gott. Ich meine, ich finde erst mal jemanden, der so gut singen kann wie sie. Und dann auch so gut spielen kann. Ja, und sie hat ja, also wir können ja gleich noch auf die Songs zu sprechen kommen, aber das spielt ja auch anscheinend irgendwo in der Karibik oder in was ähnlichem Tropisches. Es gibt da einen Regenwald. Und da sind ja auch an Land super viele Schwarze oder Person of Color. Also das hat auch einfach da total gut reingepasst für mich. Es war irgendwie, war es sehr organisch so gesehen. Wenn wir jetzt zu den Songs springen, die du ja schon angesprochen hast, dass sie so gut singen kann. Die haben ja wie bei Schön und das Biest auch, sie haben die Originalsongs genommen und noch ein paar Songs dazu. Also es gibt, glaube ich, drei Songs mehr als im Original. Es gibt, Eric hat einen eigenen Song bekommen. Dann gibt es, Ariel hat noch einen Song, als sie zur Oberwelt kommt. Und es gibt eine kleine Rap-Einlage. Und zwar hier die kleinen Fun-Facts am Rande. Es wurde wieder der Originalkomponist vom Original. Der Alan Menken durfte wieder mitmischen beim Film. Und es hat wieder Lin-Manuel Miranda. Ich sag wieder, weil der bei Disney-Filmen ja jetzt öfter dabei ist. Der auch für Hamilton bekannt ist. Und der, der die Krabbe spielt und spricht, ich würde sagen, nur spricht, der David Dix hat tatsächlich bei Hamilton auch eine Hauptrolle gespielt. Das fand ich ganz cool. Und dass der dann rappen durfte, wie auch Aquafina, die ja den Vogel spielt. Den Song mochte ich ganz gerne tatsächlich. Oder hat euch, also bei Schön und das Biest fiel es mir manchmal schwer, die zusätzlichen Songs. Aber bei dem Film haben mir die zusätzlichen Songs ganz gut gefallen. Telefon. Ja, Entschuldigung, das war bei mir. Apropos, das war die musikalische Einlage zu dem Musikthema, das wir gerade hatten. Wie haben euch denn die Songs gefallen, die zusätzlichen? Prinzipiell haben mir allgemein die Original-Songs sehr gut gefallen, weil sie sehr am Original angelehnt waren. Bestes Beispiel war in meiner Welt, wo Ariel dann zum Beispiel auf diesen Stein sitzt und diese Welle auf sie hinten drauf klatscht und dieses riesengroße, diese Wasserfontäne über sie drüber schwappt. Haben die ja wirklich versucht, eins zu eins umzusetzen. Das fand ich cool. Die haben sich da wirklich Mühe gegeben, das Original getreu wie möglich zu machen. Und die neuen Songs, die dazugekommen sind, fand ich soweit gut, weil sie der Geschichte ein bisschen mehr Tiefe gegeben haben. Jetzt mal abgesehen vielleicht von dem Rap-Song, der war einfach nur so ein bisschen Stilmittel und als Unterhaltung mit reingepackt. Aber der eine Song von Ariel, den singt sie ja quasi, wo sie schon als Mensch an Land ist und eigentlich gar keine Stimme mehr hat. Und das wurde dann auch gezeigt, dass sie quasi in sich selbst, quasi mit sich selbst singt oder in sich selbst hinein singt, was sie nicht nach außen machen kann. Das heißt, die anderen hören das nicht, was sie singt. Und dann hast du den Song von Eric und der zeigt so ein bisschen seine emotionale Einstellung zu der ganzen Situation, weil eigentlich ist er ja gar nicht so Prinzen-like. Da möchte er eigentlich überhaupt nicht so Prinz sein und bloß im Schloss rumsitzen und regieren, sondern da will die Welt erkunden und die Menschheit kennenlernen und bringt überall Artefakte mit und so. Und dieser Song gibt einfach ihm ein bisschen mehr Tiefe und so ein bisschen mehr Charakter und das hat sehr gut funktioniert. Stu, du weißt es doch bestimmt, bei Disney oder Pixar oder diesen ganzen Animationsfilmen hat doch die Hauptfigur oft so einen Song, in dem sie singt, wie sie aus ihrer alten Welt ausbrechen möchte. Weißt du, wie der Name dafür ist? Nee, weil ich auch wirklich kein Fan davon bin. Also schon als Kind nicht. Ich kann verstehen, dass man da mitgeht, aber für mich sind diese Musical-Einlagen immer diese ganze Ästhetik, die finde ich furchtbar. Also ich weiß, als dieser Prinz Eric da seinen Song geschmettert hat, saß ich im Kino und dachte, okay, ich könnte jetzt eigentlich aufs Klo gehen, aber ich muss nicht. Schade. Es ist einfach nicht meine Welt. Aber es war schon damals nicht. Ich kann es verstehen, wenn man da mitgeht, aber es ist nicht die Musik, die mir gefällt und von daher lässt mich das komplett kalt. Also generell Musical? Komplett Musical. Also es gibt Ausnahmen, wenn sie etwas sehr, sag ich mal, sowas wie die Rock Your Picture Show, das kann ich wirklich gut hier, da habe ich auch meinen Spaß. Aber jetzt sowas, was Disney macht, das lässt mich wirklich komplett kalt. Das weckt bei mir keine Emotionen, da bin ich, glaube ich, echt wie so ein Felsbrocken oder Eisbrocken. Also alle Disney-Filme mit Songs sind nicht so da, eins heißt es ja demnach. Ja, ich sage nicht, dass die Songs schlecht sind. Die sind wahrscheinlich handwerklich nicht super gemacht, aber ich connecte damit einfach nicht. Das ist nicht die Musik, die mich halt einfach anspricht. Das ist okay. Okay, also müssen wir dir bald einen Song schreiben, in dem du darüber singst, dass du aus der Musical-Welt ausbrechen möchtest in eine Welt, in der Disney-Filme keine Musical-Nummern mehr haben? Ach nee, es gehört ja auch zu ihrer DNA, das wäre ja auch doof. Also das gehört ja zu denen dazu. Also ich verlange jetzt nicht, dass Disney bei ihren, früher hieß es so schön, abendfüllende Spielfilme auf Musical-Einlagen verzichtet. Aber ich bin zum Beispiel ganz froh, dass es jetzt so in Pixar-Filmen, wie Alles steht Kopf oder Toy Story 3, jetzt eher keine Musical-Szenen gibt. Ja, Pixar-Filme sind ja eh, die haben die Songs eher als in, wenn es Collagen, nee, es heißt nicht Collagen, Montagen, Collagen. In Montagen, danke. Montagen, Collagen. Eher so unterstützende Songs anstatt wie bei Disney, wo es wirklich meistens diesen einen Song gibt, der dann nur die Hauptfigur singt. Ich möchte aus meiner alten Welt herausbrechen. Und in dem Film kriegt Eric das nämlich auch. Und das fand ich wie Kenny nämlich auch ganz cool, weil es seinen Charakter ein bisschen stärkt. In dem Film ist es nämlich nicht so, das wurde ja oft beim Original kritisiert, dass Ariel an die Oberfläche schwimmt, das erstbeste Schiff, sich ans erstbeste Schiff hängt und dann sieht sie den Prinzen und ist sofort verliebt, ohne dass sie irgendwas über ihn weiß. Sondern der Film hier macht es sehr viel emanzipierter. Die hängt dann an dem Schiff dran und hört erst mal zu, wie Eric erzählt, was eigentlich so seine Einstellung zum Prinz sein ist und am Welt erforschen. Und durch diesen Song kriegt er auch ein bisschen mehr, dass er sich auch danach sehnt. Ich hatte den Eindruck, es fühlte sich mehr an, als wären die Rollen hier viel gleichwertiger verteilt. Also sie ist nicht die Prinzessin, die sich einen Prinz schnappt, der sich dann um sie kümmert, sondern er wünscht sich eigentlich, dass die Person, die ihn gerettet hat, wieder auftaucht und ihn so aus seiner Welt holt. Also mehr die in Anführungsstrichen klassische Prinzessin-Rolle, die gerettet werden muss. So ein bisschen jetzt. Und was Kenny auch schon gesagt hat, dieser Song, als sie aus dem Wasser kommt, der zeigt auch viel mehr, dass sie nicht nur primär an Eric interessiert ist, sondern generell an der Welt der Menschen. Oder Kenny? Ja, tatsächlich. Also man merkt richtig die Neugier von ihr. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass nicht alle Menschen schlecht sind, auch wenn sie schlechte Dinge tun, dass sie im Grunde auch bloß gute Menschen sind. Und sie möchte gerne mit denen connecten. Sie möchte wissen, wer die sind, wie die leben und möchte mit denen in Kontakt treten. Und ist halt total frustriert, dass diese strengen Regeln da unter dem Meer gelten, dass man dann nicht an der Oberfläche darf, dass man keinen Kontakt mit den Menschen haben darf. Und aus diesem System will sie halt einfach ausbrechen. Das ist eigentlich ganz gut, weil das zeigt da mal so ein bisschen, dass man auch über den Tellerrand blicken sollte. Vielleicht mal gucken, wie machen das denn die anderen so. Das ist halt eine schöne Botschaft, die auch für die heutige Zeit sehr gut funktioniert. Dass man nicht bloß in seiner eigenen Bubble leben sollte, sondern dass man die Bubbles quasi connecten sollte. Dass man auch mal merkt, wie die anderen so leben. In jedem möglichen Bezug, politisch, religiös, sexuell. Du kannst ja dir dann ausdecken, wie du möchtest. Aber das hat ja wirklich sehr gut funktioniert. Vor allem weg von diesen, ich bin die 16-jährige Prinzessin und will den Typen haben. Das ist halt mega veraltet. Nicht mehr am Zahn der Zeit. Absolut nicht mehr. Und Stu, die Musical-Bubble hat dich nicht erfüllt. Hat dich denn das irgendwie getroffen, wie Ariel sich dann oberhalb des Wassers verhält? Meinst du, wenn sie dann menschlich ist? Oder wie meinst du das? Ja genau, hat dir das irgendwas gegeben? Hat dich das, was Kenny meinte, dass man so sieht, wie sie dann so neugierig ist und wie es ihr da gefällt? Hat dir das irgendwas gegeben? Wie hat sich das für dich angefühlt? Hat es dir einen Vibe gegeben? Hat mit dir connectet? Ich schmeiß hier noch ein paar Worte rein. Es war für mich wie der gesamte Film halt malen nach Zahlen. Also da habe ich nichts für mich entdeckt, was mich begeistert oder fasziniert hat. Ich habe irgendwann, daran merke ich immer, dass der Film nichts für mich ist, wenn ich irgendwie meine Gedanken abschweifen. Du hast ja schon gesagt, hier dieses People of Color, Dinge, wo sich viele beschwert haben. was mich mehr fasziniert oder was ich mich mehr angetrieben habe während der Sichtung des Films war, was ist das für eine Monarchie? Was ist es für eine Insel? Weil ganz ehrlich, sie wird da irgendwie angeschwemmt, keiner kennt sie und dann so, ja, da kommt sie ins Schloss. Ja klar, das war im Trickfilm genauso, aber dieser Trickfilm hatte noch so eine gewisse, mehr eine Naivität, der hatte noch was Märchenhafteres, allein durch seine, durch seine, sage ich mal, Trickfilm-DNA und so bei dem jetzt Realfilm habe ich mir das angeguckt, regungslos und es hat halt wirklich nichts in mir ausgelöst, also weder im Guten noch im Schlechten, also das war mir halt wirklich komplett alles egal. Ja, also du meinst dadurch, dass es Realfilm war, hätte es ein bisschen mehr reale Weltregeln erklären müssen? Nee, das nicht. Ich wollte nur damit zu verstehen geben, dass es mich halt so kalkelassen hat, dass ich irgendwann Gedankengänge angestellt habe, die ich nicht angestellt hätte, wenn es mich bekommen hätte. Dann, wenn ich diese Geschichte wirklich versunken wäre, aber so war das halt einfach für mich, wie so oft bei Disney-Remacks, einfach dasselbe, was ich schon mal gesehen habe, ein bisschen modernisiert, ein bisschen upgedatet, aber dann relativ frei von echten, waghalsigen Entscheidungen. Tatsächlich hatte ich teilweise auch so leichte Flashbacks an das von mir nicht besonders geliebte Remake von König der Löwen, was wiederum auch nur Disneys Variante ist, das Psycho-Remacks ist von 99, also quasi eine 1 zu 1 Kopie. Gut, bei Ariel haben sie jetzt wesentlich mehr noch reingebuttert, aber das war sehr interessant, nach der Vorstellung standen wir da im Kreise und haben überlegt, okay, das Original geht, glaube ich, 80 Minuten minus Abspann und der jetzt geht 135 Minuten und ich habe wirklich wenig entdeckt, was neu dazugedichtet worden ist. Es wurden ein paar Sachen halt ausgeschmückt, ein bisschen länger gemacht, klar, es gab zwei, drei neue Songs, aber insgesamt, finde ich, haben sie die Chance nicht genutzt, um wirklich mal was zu wagen. Das ist, wie ich schon sagte, das ist Malen nach Zahlen, das ist, das spielt, der ganze Film spielt so auf Sicherheit, dass ich es halt einfach langweilig finde, also wirklich auch so in der Hinsicht langweilig, dass ich auch nach der Sichtung des Films auch überhaupt keinen Bock hatte, mich weiter mit diesem Film auseinanderzusetzen. Ha, jetzt musst du dich mit ihm auseinandersetzen, du musst mit uns drüber reden. Ja, deswegen mach hinne ich. Ja, mach hinne. Denn Kenny und ich, wir haben da ja schon mal im Vorfeld ein bisschen drüber geredet und wir beide, da kann Kenny ja sicher auch was dazu sagen, wir fänden den Film eigentlich richtig gut. Und ich von mir aus, ich habe auch ein paar Remakes gesehen, die ich einfach total dämlich fand und ich bin auch kein krasser Ariel Film Fan, kein krasses Ariel Film Fangirl, aber der Film hat mich einfach richtig berührt. Ich fand den total schön, ich fand den emanzipiert, ich fand Ariel total sympathisch, ich fand es total schön, wie die zwei dargestellt werden. Also ich habe den total abgenommen, dass sie sich nach so kurzer Zeit schon total gut finden. Die Ariel war für mich zum Verlieben fast. Ich fand die super süß, mir haben die Songs gefallen. Also ich könnte da jetzt voll die Lanze für brechen für den Film. Na tatsächlich, Stu hat ja gerade gemeint, was wagen. Joschi, du hattest mal gemeint, Ursula zum Beispiel, gespielt von Melissa McCarthy, die hätte auch jemand anderes spielen können. Du hast das mal im Vorfeld erzählt. Sag mal was dazu und damit ich kann mal wissen, was du dazu sagst. Genau, und zwar die Original Ursula, also aus dem 1899... Die ist angelegt an die Drag Queen Divine, meinst du das damit? Genau, die ist angelegt an die Drag Queen Divine und ich hätte es ganz cool gefunden, wenn die Ursula jetzt, weil Drag Queens ja mehr im Mainstream angekommen sind, zumindest in meiner Bubble, dass die von der Drag Queen dann gespielt wurde, dass sich so der Kreis dann geschlossen hätte. Wie hättest du das gefunden? Wäre das was wagen gewesen für dich, Stu? Ich meinte das mit wagen auch eigentlich mehr erzählerisch. Also es wäre mir, glaube ich, relativ egal gewesen, genauso wie es mir egal ist, ob jetzt Ariel Schwarz-Weiß oder was ich ist. Ich muss sogar sagen, dass ich Melissa McCarthy echt ganz gut fand als Ursula. Also ich hatte das Gefühl, dass die halt Spaß hat in ihrer Rolle und das fand ich noch so mit am nettesten. Du hast einen anderen Film gesehen. Ich fand nämlich, ich habe gelesen, dass sie das spielt und dachte erst, oh nee, weil ich mag die eigentlich gar nicht. Du, pass auf, Melissa McCarthy, es gibt die gute Melissa McCarthy für mich, die so Sachen macht wie, zum Beispiel, ich mochte es tatsächlich Spy mit ihr ganz gerne. Dann gibt es aber auch die Melissa McCarthy, die ich unausstehlich finde, sowas wie Tuffe Mädels. Nee, nicht Tuffe Mädels. Oh, ich hause den Film. Nee, da gab es noch was Schlimmeres. Tammy oder so. Also gefühlt alle Filme, die sie mit ihrem Ehemann Ben Falcone macht, die sind einfach furchtbar. Aber hier hat sie mir tatsächlich gefallen und ich fand, sie hat auch so ein bisschen ihre Rolle vereinnahmt und das fand ich ganz nett. Das war jetzt auch nichts, wo ich sage, gibt der Frau einen Oscar? Aber das erwartet auch niemand. Aber wenn sie halt zu sehen war, dann habe ich halt gemerkt, dass ich im Kinosessel so ein bisschen aufgetaucht bin, dass so ein gewisses, okay, das macht mir gerade Spaß, das anzugucken und alles andere, wie gesagt, das floss wie ein Bächlein an mir vorbei. Ja, also als ich gelesen habe, dass sie das spielt, war ich ja wie gesagt so, ah, keine Lust. Und dafür hat sie echt richtig gut gespielt. Sie war, sie hat das sehr ernst genommen, sie war nicht klamaukig, was ich sogar fast fand, sie hätte ein bisschen mehr dieses Genießen des Bösen von Ursula zeigen können. Sie hat das ja sehr ernst gemacht. Und zu diesem Ernsten, Kenny, da meintest du ja auch schon, der Film ist ja ab zwölf tatsächlich. Und zwar könnte das ja wegen Ursula sein, oder? Ja, tatsächlich. Der Film ist allgemein, wie schon gesagt, ein bisschen düster. Und vor allem, wenn es dann in diesen Abgrund runtergeht, wo Ursula wohnt oder lebt, wo dann auch diese beiden Elektro-Ale da unterwegs sind, das ist halt echt mega gruselig da unten. Also für Kinder wirklich nicht gerade geeignet, also vor allem für kleine Kinder. Bei der PV bei mir war die, die Vertreterin von Disney, die hatte ihren kleinen Sohn dabei und die hatten den Anfangs zusammen geguckt. Und als diese Szene kam, sind die dann quasi raus, weil der kleine Schuss bekommen hat. Und ich hab dann auch im Tag danach, bei dem Fazit, wo sie dann ein Feedback haben wollte, hab ich dann auch gesagt, ey, das ist mega gruselig. Dann sind meine so, ja, mein Sohn hatte auch Angst. Also das ist wirklich nicht, das ist... Kurze Frage. Das ist wirklich echt düster gemacht. Ja, kurze Frage, aber woher, ich möchte jetzt hier nicht Klugschatter machen, aber der hat noch keine offizielle FSK-Freigabe. Echt? Ich hab's einfach von IMDb geklaut. Da stand zwölf. Ach so, nee, nee, dann müssen wir uns hier berichtigen. Der hat noch keine offizielle FSK-Freigabe. Also in der FSK-Datenbank steht doch nichts. Deswegen, also, weil das war auch bei uns Thema. Nur gebe ich zu bedenken, das hast du auch bei den klassischen Disney-Trickfilmen. Es gibt immer düstere Szenen, die werden aber dann immer mit viel Heiterkeit aufgelöst oder dann kommt halt irgendwas zum Ausgleich. Bestes Beispiel, ob jetzt original oder Remake ist natürlich der Tod von Mufasa in König der Löwen. Danach kommen ja Timon und Pumba und das wird hier auch gemacht. Deswegen glaube ich, FSK-12 könnte man machen, aber er hat noch keine offizielle FSK-Freigabe und ich würde mich auch nicht überraschen lassen, wenn er einen FSK-6 bekommt. Aber nicht null. Dann aber trotzdem eine Warnung. Das weiß ich nicht, aber FSK-12 halte ich eher für unwahrscheinlich. Tatsächlich würde ich auch jetzt nicht sehen, aber ich bin kein Pädagoge, von daher, die werden das schon richtig machen. Wir können uns darauf einigen, er wird keinen FSK-16 bekommen. Ja, also ich fand die Szenen nicht so schlimm wie im Original mit diesen Algen, wo dann Menschen einfach zu diesen gruseligen, verschrumpelten, miserablen Algen werden. So schlimm fand ich es nicht, aber dadurch, dass es ja ein Realfilm ist und es war schon sehr atmosphärisch böse dargestellt, was man bei ihr dann unten sieht. Also nichts für die Allerkleinsten. Zumindest die Szene dann nicht. Also ich weiß auch, damals im Kino hatte ich auch dann vor ein bisschen Schiss, aber wie gesagt, es kommt ja dann immer etwas, was sich dann wieder so auch auffängt und natürlich jedes Kind ist anders, aber ich glaube, dass der schon mal in der FSK-6 durchkommen wird. Ja, aber komm, nur weil du hier, wenn man dann etwas auffängt. Ich bin halt einfach ein harter Motherfucker, ist halt einfach so. Ich bin halt eisenhart und ihr da draußen, wie gesagt, wenn ihr den Film gucken wollt, dann auf der Webseite eures Kinos wird dann, wenn er läuft, dann auch unter Garantie die offizielle FSK-Freigabe sein. Ihr da draußen, die den Film gucken wollt, wem würdet ihr denn empfehlen, wer das ist, der diesen Film da gucken sollte, wenn wir da überhaupt irgendwie einen Einfluss drauf hätten? Sollen das hier die kleinen Babys gucken? Sollen das die alten Omas gucken? Wer ist überhaupt die Zielgruppe? Sind das eh wir, die das Original gesehen haben? Oder wer ist das? Ich würde sagen, ja, also die, die den originalen Trickfilm als Kind gesehen haben, sollten ihn vielleicht jetzt nochmal gucken, weil er hier besser erzählt ist, emanzipierter, erwachsener, politisch korrekter, aber auch düsterer. Und erwachsener, wenn man das so klischeehaft mäßig sagen will, ich würde es eher sagen, für die ist das geeignet. Und für wen ist da gar nichts, du? Für mich. Fürst du. Also es ist du, du solltest diesen Film nicht sehen. Ich reise jetzt in eine Zeitmaschine zurück und erzähle dir das. Also pass auf, für mich ist es so, jeder, der sich für den Film interessiert und ihn gucken möchte, soll einfach gucken. Das ist, glaube ich, die Zielgruppe. Leute, die sich dafür interessieren und ihn gucken möchten, das ist die eine Zielgruppe. Ob er euch dann gefällt, stirbt auf einem anderen Blatt Papier. Okay, also die, die sich sowieso, die denken, oh, wann kommt der Film? Den gucke ich mir an. Die sollen sich angucken. Die, die eher so Kinogänger sind, für die wird er nicht unbedingt das Allerbeste sein. Geht einfach ins Kino und ins Kino gehen ist nie verkehrt. Ja, das stimmt. Okay. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben habe, was ich unbedingt dazu loswerden wollte. Ich glaube aber, ich hätte tatsächlich noch was, was ich gerne noch ein bisschen mit euch besprechen würde, weil da würde mich auch eure Meinung tatsächlich jetzt erstmalig in diesem Podcast interessieren. Und zwar die bereits von Kenny erwähnten Unterwasser-Szenen. Ich kann von meiner Warte aus nicht behaupten, dass der Film technisch schlecht ist. Ganz und gar nicht. Aber ich hatte trotzdem echt Probleme mit diesen Unterwasser-Szenen. Ich hatte immer das Gefühl, das Gesicht ist halt echt und irgendwann habe ich dann irgendwie gedacht, ich so, diese Haare, dieser Übergang von den Haaren, die irgendwie noch am Gesicht festkleben und Anführungszeichen trocken sind, dann hin, wenn sie dann so ins Wasser schweben. Und es war, ich kann nicht sagen, dass es das Uncanny Valley war, aber ich fand, es sah irgendwie seltsam aus. Ging das nur mir so oder hattet ihr mit diesen Unterwasser-Szenen auch eure Probleme? Na, ich glaube, die Schwierigkeit hier, also mir ist das auch aufgefallen, was du gerade sagst, das ist für mich überhaupt kein Fremdwort. Zum Uncanny Valley würde ich es jetzt nicht zählen, also das ist nicht so, dass die jetzt nicht irgendwie aussehen wie Wesen, die ich jetzt irgendwie hinnehmen kann, das weiß ich nicht. Aber diese Übergänge, aber das ist aber auch physikmäßig wirklich schwer zu animieren, glaube ich. Das ist nicht so, das ist genauso wie bei Weltraumszenen, wenn irgendwelche Astronauten nicht wirklich in Schwerelosigkeit waren. Wenn du Apollo 13 siehst, wie die dann wirklich in diesem Vomit-Comet unterwegs sind und wirklich schwerelos sind, das sieht gut aus und alles andere, was animiert ist, sieht den meisten Fällen schlecht aus. Und genauso siehst du halt hier, dass die halt nicht unter Wasser waren. Also es wird ja immer gerne als... Und kannst du die unter Wasser nicht drehen. Es wird ja gerne als Vergleich jetzt auch herangenommen, Avatar 2, wo die unter Wasser auch wirklich besser aussehen. Nur bei Avatar 2 sind halt alle Figuren, sag ich mal, animiert. Und bei Ariel sind es ja vor allem die Gesichter, die halt echt sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Denn, wie ich schon sagte, ich würde dem Film jetzt von technischer Seite gar keinen Vorwurf machen. Das sah für mich wirklich gut aus. Aber ich hatte einfach Probleme. Ich hatte jedes Mal, wenn die unter Wasser waren, das ist ja gerade in der ersten Hälfte des Films relativ häufig, wirkte das auf mich immer wie ein Eintauchen in eine Welt voller Fremdkörper. So wie, als würdest du Cats sehen? Nee, wie gesagt, technisch ist das gut. Nicht Cats. Andererseits, vielleicht haben sie auch hinterher Ariel einen Afterweg retuschiert. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt... Also für mich war es, ich glaube, es war es Glück, dass ich mich darauf nicht konzentriert habe oder es mir gar nicht erst aufgefallen ist. Deswegen hat mich das nicht gestört. Ich glaube, sogar im Abspann ist ja recht früh, auch ein Extraposten. Nur der Typ, der sich um Ariels Haare gekümmert hat auch. Also die scheinen sich da schon viel Mühe gegeben zu haben auch. Als erstes ist es mir aufgefallen, ich wusste nicht, dass Javier Bardem Triton spielt und dachte erst, huch, passt der da rein? Und da musste ich mir erst ein bisschen dran gewöhnen, weil der für mich so ein oberseriöser Schauspieler ist in meinem Kopf, was gar nicht unbedingt stimmt, aber in meinem Kopf halt... Der kommt doch irgendwann mit König Triton und hat ja keinen Dreißack, sondern ein Bolzenstoßgerät, ne? Genau. Aber der, ich fand ihn dann auch sehr passend. Also verglichen mit dem Original Triton, also mal abgesehen, dass alle Figuren, die im Original oberkörperfrei sind, in dem Film nicht oberkörperfrei sind, fand ich, hat der gut reingepasst und zu deiner Frage ist du, mich hat das nicht gestört, weil ich auch nicht drauf geachtet habe. Also ich habe einfach alles hingenommen, aber ich habe auch gehört, dass die Leute, die danach über den Film gesprochen haben, oft eben das, auch das Technische, aber eben überhaupt die Unterwasserwelt angesprochen haben, dass die so das, das sei, wo man, wenn überhaupt, dann kritisieren könnte. Ich finde den Vergleich zu Avatar 2 eigentlich ganz gut, weil das ist ja wirklich, dass das neue Nonplusultra, was Unterwasseranimationen angeht, aber die unterhalten sich unter Wasser in der Regel nicht. Also wenn, dann waren es nur so Zeichen wie Taucher, also die haben nicht unter Wasser geredet oder getanzt und sich bewegt oder auf den Boden gelegt, sondern die haben halt das gemacht, was man unter Wasser macht, zum Beispiel jagen, schwimmen. Und ich glaube, das ist halt auch schwierig, das umzusetzen, dass das, dass es so aussieht, als ob die da wirklich zu Hause sind und halt immer sich dort bewegen, weil das tut ja kein, kein Wesen so wie dort bei Ariel. Du hast keinen, keinen richtigen Vergleich, deswegen sieht es immer ein bisschen befremdlich aus. Also ich, ich weiß nicht, wie man es noch besser machen könnte. Also das ist bestimmt eine regere Herausforderung, das hinzukriegen. Also sie haben es nicht in einem Pool gedreht. Sie haben wirklich die, die waren an Land und wurden dann in CGI Haare. Die waren im, ich habe, ich war jetzt zu Gast nicht jetzt übertrieben, aber ich habe mir die Pressekonferenz, da war ich dabei vom Film und die waren halt im Studio und gerade die Minister McAfee hat zum Beispiel gesagt, sie hat keinen einzigen Drehtag am Boden verbracht. Die war halt immer in irgendeinem Geschirr eingehakt. Aber ihre, Ursulas Haare fand ich irgendwie cool. Die sind doch zwar kürzer, aber die Haare haben mich irgendwie nicht gestört tatsächlich. Also bei Ursula, die hat ja auch, wie gesagt, kurze Haare, aber bei Ariel oder König Triton, der auch noch so einen Bart hat, fiel es mir halt irgendwie auf. Und wie gesagt, ich möchte das nicht als Kritik jetzt hier anbringen, aber es wirkte einfach, es hat mich rausgerissen. Also das war so Fremdkörper und es ist nicht das Anken die Welle. Ich bin mir sicher, irgendwann in ein paar Wochen wird irgendeine total clevere Internetpersönlichkeit dafür einen total tollen Fachbegriff finden. Ich habe noch nicht, aber es hat mich rausgebracht. Ich fand es irgendwie, es sah seltsam aus. Ja, okay, das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man sowas hat, was einem dann optisch auffällt, dann kann man es auch nicht mehr einfach ausblenden. Das ist schade, aber ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige. Also es ist schon, ich weiß schon auf jeden Fall, was du sagen möchtest. Ich konnte es irgendwie gut ausblenden. Ich möchte noch kurz was zu Triton sagen. Ja, hau auf. Tatsächlich ist es ja so, wir hatten ja anfangs gesagt, dass die die Mehrjungenfrauen, die dort sind, quasi die sieben Meere repräsentieren und das sind ja alles Töchter von Triton. Das heißt, Triton ist eine ganz schöne, verruchte Sau. Das heißt, der schwimmt da durch die ganzen sieben Weltmeere und schwängert da eine Mehrjungenfrau nach der anderen und hat jetzt überall irgendwelche Töchter. Das ist doch Magie, das sind magische Wesen. Ja, ja, ja. Das ist alles Liebe und Feenstaub, ne? Ja, ja. Und seine Söhne bringt er kurz nach der Geburt um, weil er seine Macht nicht teilen möchte, verstehe. Ist es eigentlich im Original auch so, dass Ursula die Tante von Ariel ist? Das hatte ich irgendwie verdrängt. Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht. Nee, ich meine nicht, aber es ist ja auch schon länger her, dass ich den Original gesehen habe. Kenny, du hast doch das Original gesehen. Ja, aber ich habe jetzt keinen Stammbaum im Kopf. Okay. Das wäre so ein Thema irgendwie als Spin-Off vielleicht irgendwo oder als ein Zusatzvideo, Short-Video, um das zu erklären. Das wäre mal ganz interessant tatsächlich. Wie kann eine Krake die Tante einer Meerjungfrau sein? Also laut Wikipedia ist sie nicht die Tante im Original. Genau, ich meine mich nämlich auch zu erinnern, das nicht. Und deswegen fand ich es komisch, dass sie im Remake dann das ja auch mehrmals sagen. Ich bin deine Tante, hallo Bruder zu Triton. Das fand ich dann ein bisschen, warum ist das, warum macht ihr das, warum habt ihr das da reingeschrieben? Naja. Okay, es scheint euch nicht gestört zu haben. Dann, wenn ihr jetzt nichts mehr auf dem Notiz-Held steht, bei euch, bei uns, dann würde ich gerne zu dem Fazit kommen. Fang du doch mal an, Stu. Du fandst ihn super, habe ich rausgehört. Du, ich bin da ehrlich gesagt echt emotionslos. Das war immer nicht mein Film. Ich fand den ziemlich öde, ziemlich langweilig, was das Gleiche wie öde ist, deswegen Punktabzug dafür. natürlich ist er politisch korrekter und das ist auch alles okay und super und wie gesagt, die Hautfarbe von Ariel oder von allen Figuren dieser Märchenwelt ist mir auch vollkommen bumpe, aber trotzdem war das einfach so ein Sicherheitsfilm. Der wird jetzt garantiert seine Milieunchen wieder einspielen und in der langen Liste von absolut egalen Disney-Live-Action-Remacks ist einfach ein weiterer Strich in der Liste und ja, danke, aber ich hoffe, dass sie eines Tages nochmal sowas Gutes bringen wie jetzt diesen Elliot der Drache, der wirklich toll war, aber das ist wieder nur ein Sicherheitsdenken der Film und brauche ich nicht, aber wenn ihr oder irgendjemand anders damit Spaß habt, dann werde ich das nicht verurteilen, denn jeder Jack ist anders. Ja, wir müssen ja auch hier betonen, dass du Guardians of the Galaxy 2 richtig toll fand. Also jeder hat so sein. 2 und 3 und 1 auch, ja. Ja, alle, genau. Also wenn man sowieso schon in der Schiene ist, dass einem diese Art Filme gefällt, dann ist Stus Kritik vielleicht nicht die richtige, aber wenn man so in der Schiene ist, ja, guck ich mir den an oder nicht. Es ist die einzig richtige Meinung. Ihr müsst nur auf Stu hören. Ja, hört nur auf mich. Schneidet einfach alles raus, was jemand anders gesagt hat und immer nur das, was Stu sagt. Warte, ich gebe mal kurz ab zum Stu-Experten. Stu, was sagst du dazu? Du liegst richtig so. Danke, Stu. Danke. Okay, dann sagen wir, wer war dein Stu 2 in diesem Podcast? Ach ja, Kenny, möchtest du bitte auch dein Fazit jetzt als Ausgleich zu Stu und du dem Stu-Experten bitte noch raushauen? Stus Meinung ist die richtige, denn gäbe es eine bessere, dann hätte er die. Gut, wir konnten hier jetzt Schluss machen. Okay, macht's gut, schau. Nein, tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, also der Film war gut, der hat mich positiv überrascht, ich bin aber auch ohne große Erwartungen rangegangen, weil ich jetzt nicht so ein großer Fan von Musicalfilmen bin. Es gibt ein paar schöne, ich dachte La La Lane zum Beispiel, der hat mir sehr gut gefallen und ich war auch beim König der Löwen Musical zum Beispiel, das ist auch schön und ich habe Schön und das Biest gesehen im Kino. Hätte ich mir den jetzt im Kino angeguckt und dafür Geld bezahlt, weiß ich nicht. Ich glaube momentan nicht, was aber auch daran liegt, dass ich momentan nicht so viel Zeit habe. Wird ich, Mensch, ich glaube aber, Freunde von Animations, also von allgemein, von Animationsfilmen, von Disney-Trickfilmen, wo so Musikeinlagen sind, das ist ja, es gibt ja so eine Fanbase davon und ich kenne Freunde von mir, die würden jetzt sofort ins Kino hin und sich den reinziehen, weil die auch schon den Original-Täuf hatten und da mitsingen können. Wahrscheinlich sitzen die dann im Kino und grölen die Songs mit, weil sie die kennen und alle Kinder wundern sich dann, hey, wieso kennt ihr den Text? Der Film ist doch erst neu. Also, wer also, dass dieses, dieses, diesen Stil mag, der wird sich diesen Film angucken. Ansonsten, wer jetzt keine Musicals mag, wie es du schon sagst, der sollte vielleicht davon fernbleiben. Ich hoffe, dass er seine, seine Ausgaben quasi wieder reinholt. Mal gucken, was da noch für welche kommen. Trotzdem finde ich den viel besser erzählt als den originalen Trickfilm von 89. Er ist viel näher am Zahn der Zeit, er ist politisch korrekter, er ist besser strukturiert, aber er könnte trotzdem noch ein paar Minuten kürzer sein, also so 120 Minuten Maximum, dann wäre gut gewesen. Das hätte man irgendwie noch zurechtschneiden können, dass das gegangen wäre. Aber ansonsten, trotzdem ein guter Film, den ich nicht schlecht reden möchte. Ja, ich sehe es da, eigentlich bin da auch mit wenig Erwartungen reingegangen, weil ich die anderen Disney Remakes eigentlich relativ blöd und unnötig fand. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hier nötig war, einen Ariel Remake zu machen, aber dafür, wie ich schon gesagt habe, ich finde die Ariel, einfach die Hailey Berry, Hailey Berry, die fand ich einfach wahnsinnig süß und sympathisch und lebensfroh, die ging mir total nah und auch den Eric mochte ich total gerne und die beiden zusammen und irgendwie hat mich das total erwischt, fand ich einfach total schön und hat mir echt, hat mir gute Laune gebracht. Deswegen finde ich den Film, fand ich den auch eigentlich richtig gut, tatsächlich. Genau, also Kenny und ich sind uns einig, aber Stu's Meinung zählt. Ist nicht so wild eure Meinung, die kann ich gleich rausschneiden, ist kein Problem. Stu, möchtest du denn hier den Abschluss finden und nochmal schnell die Werbung für den Tele-Stammtisch raushauen, damit ich meine Werbung ans Ende setzen kann? Ja, den Tele-Stammtisch gibt es überall da, wo es Like gibt und da könnt ihr gerne uns hinterlassen und uns auch positiv bewerten bei Spotify oder bei Nordsee. Da gibt es leckere Fischbrötchen. Danke. Okay, Kenny? Gestern Abend habe ich Lachsnudeln gemacht, sehr lecker, habe ich noch was übrig? Mh, Fisch, lecker. Tatsächlich, eine Sache noch, wir haben ihn ja im englischen Original gesehen, wenn ihr ihn auf Deutsch gesehen habt, dann schreibt doch bitte mal bei YouTube, was sind die Kommentare, wie euch die deutsche Synchro gefallen hat, ob die gut ist, ob die schlecht ist, ob die irgendwie gut raussteht oder ob da bekannte Stimmen dabei sind. Würde mich sehr interessieren, schreibt es dazu, ansonsten wurde eigentlich schon alles gesagt. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Wunderbar, danke euch beiden. Ich darf noch meine Werbung ans Ende setzen. Mein Name ist Schlogger, von mir findet ihr, denn ich bin auch eine künstlerische Schriftstellerin und Comiczeichnerin, Sachen auf Schlogger.de und auch auf überall, wo es Likes gibt, zum Beispiel Instagram, Twitter oder Facebook unter dem Handel theschlogger.de. Das war unsere Besprechung zum Ariel Remake und wir freuen uns auf die nächste Besprechung. Bis dann, Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.